Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Wir sind direkt vor der nächsten Story-Mission und die wollen wir jetzt direkt anfangen. Sie heißt Mission starten. Das ist ja awesome, der Name. Nimm mich am Arsch. Nein, ich glaub umgeladen oder so. Der Geordi hat auch wieder nur Quatsch in der Birne. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die hab ich ja auch. Jetzt brauch ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich hab ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackgarten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuna. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car. Direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis siehst. Dann los. Ja, also. Diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkachel. Aber das Ding machte nur... Ding! ...und prallt in eine andere Kache. Hier, halt mal. Super. Das hier halte ich für dich. Eine Haftbombe. Hä? Sie haftet. Cool, oder? Super. Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flämmen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45 Anschießchen und ein paar Löcher in ihre Fett fressen. Also das habe ich. Du, kannst das für mich erledigen? Niemals. Oder wir machen es so? Ja, genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück weg. Lass mich erstmal weg, ja. Fuck. Gut. Ich vermute doch Proberunde. Wir müssen jetzt lernen, wie man eine Haftbombe wirft. Das ist bestimmt total schwer. So, Haftbombe. Wo ist eine Haftbombe? Habe ich eine Haftbombe? Habe ich überhaupt eine Haftbombe? Guck mal, da ist auch die... Habe ich hier eine Haftbombe? Ah. Und... Ach, oh... Achso, das ist das. Das brauche ich doch nicht üben. Junge, ich weiß Bescheid. Pass auf. Guck mal. Hopp. Ich muss mal weg. Ja. Ich hätte vielleicht weiter weg gehen sollen. Hätte... Hätte mir vielleicht das Leben gerettet. Scheiße. Da stand ich zu nah dran. Ich dachte... Habe ich das nicht schon so, dass ich das auf... Auf, 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 das hier... Scheiß, Dreck, Geister. Das ist ja Bullshit, also. Ja, geh weg. So, hier. Ich bin weg. Lalalalalala. Ähm. Jetzt, natürlich. Jetzt musste ich natürlich... Hacken. Vorher ging das so. Schon klar. So, wir nehmen... Ne, das Motorrad nehme ich. Ich mag nicht so gern mit dem Motorrad fahren, muss ich sagen. Wir nehmen mal den Pick-Up. Finde ich eh geiler, so ein Teil. Deswegen. Meine Güte, Junge. Ups. So, wir kommen eigentlich... Da wollen Iraks Männer Bad Buck umlegen. Warte, 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 warte. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige den Kader. Irak wird davon hören, Bad Bucks Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Jetzt nicht ganz so, wie ich wollte, aber ist egal. So, zack. Muss ich hier noch durch, ja. Scheint so. Wo machen wir... Guck mal, wir machen hier ganz unauffällig einen Wagen hin. Ich glaube, das ist ganz geil so. Ach, scheiße. Ach so. Das ist ja blöd. Was ist hier? Die Überwachungskameras laufen sicher noch. So, hier gibt es noch ein paar Sachen. Warte mal, Fensterläden könnte ich jetzt hoch runter machen. Was haben wir hier? Ich darf da nicht drauf zugreifen. Das ist ja eine Schweinerei, ey. So. Dann wollen wir mal gucken, was hier jetzt abgeht. Sprengfallen geil, ja. Hier wird bestimmt total einfach, die Mission. Brennzeilen hinterher, natürlich war er, wo sie... Was? Wie in Hinter... Reifenspuren. Da muss jemand regelmäßig parken. So. Bombe. Äh. Okay. Soll ich das einfach da hinlegen? Da, wo die mir jetzt anzeigen? Okay. Machen wir. Gar kein Problem. Ich mach das lieber hier, weil... Und hier laufen dann die Deals. Merkt auch keiner, dass da eine Haftbombe dran ist. Also, ob das so funktioniert? Ich bin mir nicht sicher. Oh, hopp. Was haben wir da? Ich hab noch Zeit. Na ja, ich kann ja vielleicht auch noch welche machen, muss ich mal... Upsala. Muss ich mal kurz gucken. Ich kann doch locker welche herstellen, ey. NP, Junge. Können wir noch ein paar schmeißen? Ich möchte jetzt aber nicht zu nah kommen, sonst explodieren die Scheißdinger. Dann hab ich hier den Salat, ey. Weißt du? Wäre jetzt auch blöd, wenn die schon zu früh hochgehen würden. Ähm... Ich mach mal... Komm, wir machen mal noch hier eine hin, glaube ich. Ach, da ist schon eine. Verdammt. Dann würde ich sagen, da. Guck mal. Oh, oh. Kann ich die auch wieder mitnehmen? Ja. Perfekt. Ach, jetzt gehen die nicht hoch. Gerade sind die hochgegangen jetzt nicht. Das ist doch Bullshit. So, zack. Ne? Hab ich jetzt auch... Hä? Ich muss mich verstecken. Verstecken! Aber wo? Oh, hier einfach. Ich versteck mich einfach hier. Die weißen, was sie lernen. Jetzt suchen sie einen guten... Ja, ich hab keine Ahnung. Das ist bestimmt ein guter Aussichtspunkt. Ich hab keine Ahnung, aber bestimmt ist ein super Aussichtspunkt. Hammer. Der ist bombastisch, der Aussichtspunkt. Ich seh nämlich nix. Was wohl nicht gut ist, ey? Soll ich die Bomben eigentlich schon... Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich die Bomben hochgehen oder nicht? Oder soll ich warten? Hm. Scheiße. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ohne Scheiß. Was soll ich denn jetzt tun? Mann, der Boss will seinen Cousin und... Scheiße. Ich warte mal noch. Was geht dich das an? Wenn Bad Bug sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Ja, dann sagt das Bad Bug. Vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt Bi und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Fettzack muss nicht sterben. Meine Frisse. So ganz schön viele Bitches hier. Die Frage ist, soll ich jetzt warten oder nicht? Ich... Ich habe echt keine Ahnung. Weil wenn ich das jetzt mache, ist das bestimmt verkackt. Ja. Komm. Was? Kann er nicht? Verdammt. Ja. In den Arsch, los. Komm, irgendwann musst du doch sterben. Stirb doch. Junge, stirb. Dann geht das. Oh. Aber wenn ihr mir zu nah kommt, dann kann ich die wenigstens zünden. Pass auf. Oh. Der lebt noch. Was für? So. Geile Mucke auf jeden Fall hier am Start. Oh Mann, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen echt Verstärkung. Und was? Oh. Oh Mann, Aiden. Aiden, du bist so behindert. Du bist so blöd. Du sollst schießen. Der muss immer nachladen, der Spasti. Meine Fresse, ey. Aber so sollte ich es anscheinend machen. Jetzt muss ich dich wieder vorbereiten. Okay, wenn die jetzt hier schon parken, ganz ehrlich, dann lande ich. Dann geht der Scheiß hoch. Da warte ich jetzt auch nicht mehr drauf. Einfach. Bam. Weißt du? In die Fresse, Junge. Das ist ganz einfach. Wir können mal trotzdem überall hier was hinmachen. Einfach allein schon mal aus dem Grund. Ich mache mal die Fensterläden hoch. Dann sehe ich nämlich besser. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn ich nichts sehe, ist es blöd. Merkt keiner, dass da was liegt, weißt du? Ich habe noch Zeit. So. Ja, ja, ich weiß. Wir können ja noch ein paar herstellen. Das ist ja kein Thema. Jetzt gehe ich in Deckung und jetzt ist mir scheißegal, ich werde die sofort hochjagen. Ist mir wurscht jetzt. So, pass auf. Warte mal. Die Kamera. Weil die parken ja hier und da hinten. Ne? Das Problem ist, ich kann die Bombe da hinten nicht ganz sehen. Ja, egal. Scheiß drauf. Die parken ja hier, ne? Deswegen werde ich mal hier gleich baboom machen. Verstehst du? Guck mal. Bam. Verstehst du? Das hat funktioniert, der Scheiß. Läuft. Wer hat mich da gesehen, bitte? Ist er tot? Okay, ich habe mich ein bisschen zerschrocken. Ein wenig erschrocken habe ich mich. So, ich kann die, glaube ich, mitnehmen. Jetzt gehe ich in Deckung. Granate. Granate. Was? Oh, diese Huren-Granate hat mich getroffen, wa? Fuck you, ey. Scheiße. Aber genau so läuft da nämlich, der Shit. Ey, warum schaffe ich das denn jetzt? Ich will mich verarschen eigentlich. Behinderte Scheiße. Was ist hier? So, zack. Hier kommt ein Ding hin. Hier kommt ein Ding hin. Eigentlich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo mir die Dinger reichen. Die reichen mir auf den Parkplätzen. Was soll ich denn mehr? Den Rest muss ich halt so versuchen zu machen, ne? So. Kann man hier auch noch welche legen? Was soll ich hier auch noch welche legen? Das ist ja nur Bullshit. Ich habe noch Zeit. Ja, ist schön, dass es nur noch Zeit ist, aber ich brauche gar keine mehr legen, weil wozu? Ich brauche ja nur die, dann sind die meisten schon mal weg. Oh, man kann sich das jetzt hier abfangen? Jawohl. Geht doch. Scheiße. Man kann sich nicht von hinten sprengen. Ich sehe sie doch. So. Und so. Lol, der hat's überlebt. Kann aber nicht sein. So, pass auf. Pass auf, ja. Komm, 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 komm. Boom. War jetzt nicht so erfolgreich, weil, äh, guf. Töting. Der tot? Nein, er ist tot. Dann ist Klärchen. Okay. Das Problem ist, hier sind ja noch mehr. Ist er tot oder lebt er noch? Das weiß ich jetzt nicht. Könnte tot sein. Mal gucken, hier kommt nämlich auch mal einer gleich vorbei. Ach, schweb. Warte, warte. Ich muss jetzt fett nachladen. Like a gangster. Läu, wo ist denn der? Moment. Falls du da bist, hier. Falls du nicht da bist, dann... Naja. Trotzdem, bitteschön. Wo kommt der denn? Also, jetzt ist es auf einmal dunkel. Willst du mich verarschen? Du hast gar nichts. So, wo seid ihr denn? Hä? Kleine Pissnäcken. So, guck mal. Ha, 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 ha. Ich hab dir die Deckung geklaut. Der Typ ist da oben drauf. Man sieht ja überhaupt nicht die Typen. So, der ist down. Okay, wir haben da hinten noch einen. Alter, man sieht gar nichts. Oh ne, schee, pass. Man sieht nichts. Der läuft auch da nach oben. Okay, da hab ich ganz kurz den Kopf aufblitzen sehen, aber man sieht nichts. Alter, oh Spaß. So, er ist tot. Geht doch, bitches. Yo, yo, yo. Ah, hab ich doch gemacht. Ausgeschaltet. Ja? Kleine Nutten. Weil sie nichts können. Oh yeah. Hab ich grad... Ach so, scheiße. Ich muss ein Telefon auch noch hacken. Das ist ja scheiße. Pass auf. Klinge noch ein bisschen. Ich bin sofort da. Bin sofort da, bin sofort da, bin sofort da. Und gehackt. Hallo? Meine Freunde können grad nicht ans Telefon. Sie sind tot. Ey, was? Hey! Steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Ach, jetzt haut der auch noch ab, ey. Pfeife. Wer entkommt denn noch? Dann spricht er mit Irak. Und Bad Buck wäre so gut wie tot. Alter, Moment. Wie komm ich denn jetzt hier raus? Da. Ich seh ja nix. Ja, genau. Guck mal, wie viel... Ey, das ist so behindert. Wie viel verkackten Vorsprung er einfach nur hat. Moment. Ich muss hier mit nem... ...Motorrad folgen. Ich hätte ein Auto nehmen sollen, weil mit Motorrad so ne Verfolgung sagt, finde ich, ist nicht so die Premium-Idee. Ja, die entkommt, H. Warum entkommt die denn vielleicht, weil die 50.000 Meter Vorsprung hatte? Könnte sein, ne? Ein Schwachsinn, ey. Ach, komm, jetzt bin ich auch noch vom fucking Motorrad geflogen. Stell auf, du Bitch. So. Geh, hopp, hopp. Dann Zeit. Ich hätte mir doch ein Auto nehmen sollen. So, ab wann entkommt die denn eigentlich nicht mehr? Ich bin ja jetzt schon wieder knapp dran. Für mich. Spiel sieht's wahrscheinlich anders. Komm schon, ey. Komm, das sind nur noch 100 Meter. Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch ein Klacks. Problem ist, wie soll ich denn per Takedown ausschalten irgendwie? Ich brauch jetzt ne Karre, weil ich den rammen muss. Aber ich bin schon mal dran. Das ist schon mal gut. Du bleibst stehen. Du bleibst stehen. Fuck you, Mann. Bleib doch stehen. Mann. Kleiner Pisser. Das war eine schlechte Idee. Das Problem ist, ich muss den ja irgendwie wegrammen. Mit dem Motorrad macht sich das ein bisschen schlecht, oder? Finde ich. Ich möchte den auch mit dem Motorrad gar nicht rammen, ehrlich gesagt. Und ich darf ja nicht schießen. Kommt der dazu. Halt die Schnauze jetzt. Kann nicht wahr sein, kann nicht wahr sein. Wenn ich das schon höre. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beeilen hier. Ein bisschen Zunder geben. Der hat schon wieder so viel Vorsprung, der Pisser. Weil wenn ich ihn ramme, dann kriege ich ihn eher dazu, aus dem Auto auszusteigen. Das ist, wenn ich es nicht tue. Wisst ihr? Da steht zwar Ausschalten, da stand er mal mit dem Takedown. Das heißt, nicht töten. Oder nur K.O. hauen. Komm schon, das ist doch... Ach, du bist scheiße. Ich finde das immer noch so behindert, dass man nicht aus dem Fahren ein Auto schießen kann. Dahin sind nämlich auch noch Leute. Das wird spaßig, wenn die auch noch mit dazu kommen. Mann. Gib doch einfach auf. Echt mal. Weil die Pisse sind nämlich auch schlecht, ja. So, komm schon. Du musst laufen. So viel dazu, mein Freund. Ah, so viel dazu. Alter. Ich steck mal lieber aus dem Auto aus. Ich hab Angst. Alles explodiert. Hilfe, 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 Hilfe. Ich stell mich hier einfach hin und ich würde mal sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Den Rest. Ich brauch ne kleine Pause. Bis dahin. Haut rein. Ich rein. Ich linke Wimmer. Ich rein. Ich kriege körperliche Über�동st Lore. B 144h, meu. Dürfen, ich rein. Nein, nein, nein. Vielen Dank.